so und damit hallo und herzlich willkommen zurück und wir sind ja gerade hier sind wir schon ja ist okay wenn es weh tut ich habe nichts gemacht vielleicht haben wir hier noch irgendwas hier ist das hotel ok 5575 ok und schlecht jetzt auch nichts ok ach Mist das muss doch irgendwie möglich sein nicht gut administration war das nicht hier vor irgendwo ist hier der code erstmal gleich mal direkt ist nichts gemeinschaftsduschen hmm Was ist das denn nicht? Wie ist der? Admin Room 7. 4, 4, 4. Versuchen wir nur das. Hm. Okay. Komisch. Ist es auch nicht. Gemeinschaft Schlafplatz hier. Ich hatte Hoffnung, wir finden was. Ja, aber das Problem ist, wir haben hier zwar einen Marktplatz, aber wir haben nicht das, was wir brauchen. Ja, das ist nur das. Ist ja echt schön gemacht, muss man ja sagen, ne? Ganz nett aber. Wenn ich nirgends wo einen Flux-Kompensator kaufen kann? Mhm. Hm. Machen wir halt mal so. Kaufe ich mal von einem ein bisschen was. Na, gehen wir auch mal auf 20 hoch. Ich weiß es ja nicht, ob das jetzt, warte mal, ein mittleres und aber noch eine leichte Rüstung, ne? Puh. Okay, der Preis ist happig. Hm. Hm. Dann müssen wir noch was verkaufen. Ist das denn hier vielleicht noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Der ist ein bisschen günstiger. Guck mal, das bringt mir nicht so viel. Gucken, ob der was von mir kauft. Bringt das auch nicht so wirklich viel, aber zumindest ein bisschen was. Ah, da ist sie weg. Da können wir auch ein paar verkochen. Machen wir mal 10, ja. Okay. Gucken wir nochmal da drüben, vielleicht haben wir ja da ja Glück. Das mit der Pistolenmunition bringt mir nicht so richtig viel. Das, warte mal, hattest du auch mittlere Rüstung? Ne, dazu gehört die schwere Rüstung. Puh, okay. Wie sieht denn die aus? Hm, eigentlich genau so wie die mittlere. Hm, zu teuer. Ach, Mist. Die Bohrerladung möchte ich eigentlich nicht verkaufen. Irgendwas, was ich hier... Davon haben wir doch was dabei. Hm, das wollen sie auch nicht haben. Was sind das hier? Achso, ah, okay. So, wir könnten die Pistole verkaufen. Da fangen wir sich 100. Knapp. Multiladung war die... Multiladung war die... Immer lieber Bohrerladung. 16. Hm. Mist. 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 Wir haben immer noch 47.000. Mist. So ein Mist, ey. Hm. Das bringt eigentlich nichts. Ich kann mal unten Neues basteln. Genau. So, und ab zur Anzugsstation. Wow. Okay. Das sieht jetzt krass aus. Aber ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn wir ein bisschen besser geschützt sind. Ja, auf jeden Fall. Das ist um einiges besser. So. Dann schnell zurück. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Euer Mr. Zocker.